Ah, so Leute, darf ich jetzt mal ganz kurz den Stream richtig starten? Denn es hat Ewigkeiten gedauert, bis er irgendwie angelaufen ist, dieses Mal. Und ich sag, ja, wir kommen wieder bei ein bisschen spontaner Nachmittags-Stream-Action mit ein bisschen Trouble in Terrorist Town. Genauso wie gestern Abend, mal nochmal ein bisschen hier zusammen mit Thomas, Ben, Florian, Christian und Jonas auf einer neuen Map. Und, okay, ich hab meine Stream-Einstellung mal ein bisschen geändert. Ich hoffe, das sieht jetzt einigermaßen okay aus. Was nehmen wir denn mit? Ja, was anderes mit? Ja, schauen wir mal. Chris? Ich hab mich grad doppelt. Wahrscheinlich. Wie war's? Äh, Moritz, du bist draußen, ne? Nee. Nee, lol, mein Gary's Mod ist abgestürzt. Du bist draußen auch. Und wie sagst du mich gerade gekillt, Chris? Du hast keinen Grund. Ich will mal keinen Grund zu tun. Doch, ich hatte auf einmal nur noch Half-Life, wo du mich angeschossen hast. Yay. Mein Steam ist abgestürzt. Wie soll ich denn sonst Half-Life haben? Weil ich, ich hab ein Messer geworfen. Du hast aber keinen Tuschkreis. Ja und? Trotzdem, ich hab ja gesehen, dass von hinten kam der Schaden. Jetzt ist mein Steam abgestürzt, ey. Äh. Hallo. Niemand zu Hause. Okay. Wo seid denn hier alle? Ah, hallo. Wer ist denn da? Hi. Ah, Moritz. Guten. Ah, schau mal, schenk dir was. Autsch, du hast mir gerade einen Fass gegen den Kopf geworfen. Du hast mir gerade einen Fass gegen den Kopf geworfen. Hast du das verdient? Erzähl mir dazu was. Wer ist denn da, hallo? Ja, mit zwei Schäden zählt. Loll! Ja, 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 nicht so leicht. Da floh, schon wieder. Ja, da ist es immer irgendwie. Hallo. Wird doch gar nicht. So. Was nehmen wir denn mal mit? Keine Shotgun will ich nicht. So, schauen wir mal an. Hm. Grüß dich. So, ich bin wieder dabei. Ja. Na, Moritz, wie war das? Ey. Was, ja? Er ist schon da oben, schon wieder Jonas. Ja, ich bin gerade gespawnt. Ich darf das. Ja, du bringst gleich weg. Okay. Für zehn Minuten. Alles klar. Alter, Leckkrams sind nicht die Gegend, Moritz. Oh, das kann sein mit dem Moritz 50er-Ping. Ja. Wie hast du nur 150er-Ping? Wegen dem Stream. Achso. Ja, machen wir jetzt hier Gangbang-Party hier oben, oder? Ja, komm. Knie dich hin, Jonas. Nö, hau ab. Ich spring runter. Alter, du willst mich verarschen. Du hast mich runtergeschoben. Läuft. Der will ja mich abschießen. Warte, ich schenke... Komm hoch. Komm hoch. Alter, wie es fast fliegt. Okay, gucken wir mal. Mach's ja Spaß. Ey, guck mal. Was ist alles jetzt passiert? Da war ein Pass. Und ich dachte, wenn die so zehn Meter davon entfernt stehen, wie ich da drauf schieße, passiert nichts. Na ja, Thomas und Chris gekillt. Ja, Thomas war Traitor. Bleibt. Du hast halt auch noch Karma verloren, Jonas. Boah, ich stehe neben dem. Der gibt mir jetzt schon. Ach, war schön ruhig, als Flo tot war. Das müssen wir, Klaus, jetzt öfter machen. Ja, probier's doch. Komm. Ja. Sag mal, wo... Er schießt da. Oh. Ja, das ist aber eine Lüge. Ja. Du Kegg ist lieb. Ne, Jonas. Komma, Flo. Wie kommt's da drauf? Ich bin übrigens schon wieder Innozenten und bin bei Flo. Wenn ich nix mehr sag, ist es Flo übrigens. Okay. Wieso? Warum? Oh. Aua. Du bist das, bin ich hier runtergefahren. Wenn ich war nicht, bin ich hier runtergefahren. Ey, wie hast du dir jetzt abgeknallt, Thomas? Er hat auf dich geschossen. So. Hey, du confirm ihn noch wenigstens. Jetzt hab ich Angst. Jetzt hab ich Angst. Ne, 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 ne. Das war mir klar. Der war Inno. Der war Inno. Jetzt wär's schön zu wissen, wo ihr seid, weil... Und der guckt da mich auch nochmal. Der war auch Inno. Alter, was hat der Scheiß-Stream für'n Delay? Zwei Minuten. Ich hab's auch so gesehen eingestellt. Der ist doch gut so. Der ist doch gut so. Dann kann keiner von uns fischen und gucken. Ja, okay. Ja, gut zwei Minuten. Ich hab grad den Kill mit dem Fass gesehen im Stream. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum die Bitrate vorher nicht angezeigt wurde, weil es erst... Weil erst Delay angeschaltet wurde. Ah. Ja. Ich hab erst gedacht, okay, warum... Warum... Warum geht nix? Warum geht nix? Immer noch nix? Und dann hab ich gewartet und dann... Okay, ich verstehe. Also ich bin nochmal weg. Ich disconnect jetzt vom TTT-Server und dann komm ich in einer Viertelstunde wieder oder so. Jo. 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 Hey, der ist da hinten? Florian? Ja? Du bist Traitor, du Penner. Nein. Oh, das ist auch bemerkt. Nur, dass ich die Confirmed hab' oder was? Oh. 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 Okay. Jo, wo bist du denn? Nee, weil Chris gegangen ist. Der war schon vorher tot. Den hab ich jetzt erst umgebracht. Also. Jo, bist du denn? Ja, wo bist du? Bin da hinten bei den Warngleisen. Ja, ja, lüg nicht. Hä, bist du da hinten? Alter, was ist mit den Logen? Was ist denn los mit dir? Stopp, die Gänze. Oh, hi. Fuck that shit, ey. Das hier ist... Also fragt grad jemand, äh, was das ist. Das ist Troupling Terrorist Town von Gary's Mod. Ein Mod. Äh, nicht Terraria nehmen. Ich glaub, die war immer noch verbuggt. Na gut, dann nimm mal sowas. Guck mal, was bei rauskommt. Moritz Leck ist sehr stark im TS. Ja, das... Wenn wir nicht... Ja, dann ist das mein Holz-Internet. Es geht, ich werd die Bitrate gleich nochmal ein bisschen runterstellen. Ja, uff, top. Jep, es wird wieder TTT gezockt. Darf ich... Ich darf jetzt erstmal diese netten... ...Dateien runterladen. Ja, Ben, oder? Du findest dich mit... Oh, via Workshop. Ja, das ist... B5 von Chris ist wahrscheinlich... ...als nicht Workshop-Datei drinne. Glaub ich bin ja erst auf dem Server. Schön, Jonas. Sehr schön. Ja, das muss jetzt einfach gesagt werden. Ja, schön, Jonas. Sehr schön. Und das Wichtigste ist, man kann nicht mehr hier durch diese Wände laufen. Chris ist Spectator. Übrigens, würde mich mal interessieren, die Leute, die jetzt hier im Stream zuschauen. Ich hab in Twitch ein neues Feature entdeckt, dass YouTube mehr oder weniger dazu gelingt würde. Das heißt, wenn man irgendwie gerade ein YouTube-Video von mir guckt, kriegt man angezeigt, dass ich gerade auch streame per Twitch. Kann man das irgendwie mal gerade nachvollziehen, ob das wirklich so ist? Irgendjemand, der hier zuschaut, oder hat irgendjemand, der hier zuschaut, das auch darüber unter Umständen gesehen schon? Würde ja nämlich echt gerne mal wissen, ob das funktioniert. Weil es wäre irgendwie ein nettes Feature. Und ich gucke es selber mal. Vielleicht sehe ich es ja als... Ja, obwohl, wenn ich es als Inhaber des... Wenn ich es als Inhaber des Channels sehe, weiß ich eben nicht. Mal gucken. So, wo haben wir es denn? YouTube-Studio. Wo ist denn der? Ey, Thomas, wie viel Schaden kriegst du? Gar keinen. Weil du mich triffst. Au! Ich bin einfach stehen geblieben. Ja, du bist... Thomas, Jonas braucht doch auch mal einen Erfolg, der liebt. Nein, ey, wichser. Na, no. Na, lade schneller. Aber der lädt doch jetzt schneller das Ganze runter, oder? Er ist ja nicht mehr gestorben. Nee, da werden jetzt ein paar Sachen nicht mehr vom Workshop runtergeladen. Weiß nicht. Ah, nee, jetzt hatte ich mein TTT auf... Nee, doch nicht. Gut, okay. Es geht wieder. Gut, dann schauen wir mal in Progress. Auch wieder Rooftops. Okay. Komm, wir seien. Sch... Klaudo, das ist ja gerade angeschossen. Hallöchen Orange. Hä? Loll. Ist da gerade in Luft gelangen. Schon mies, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, ich werde die Verzögerung ausschalten. Ich meine... Das macht ehrlich gesagt keinen großen Sinn. Es gibt, glaube ich, niemanden, der sich... Fuck, jetzt hat er mich entdeckt. Ich weiß schon die ganze Zeit, wo du bist. Echt? Ja. Ich weiß aber gerade nicht, wo du bist. Ich habe keine Shotgun. Aber ich hatte einen Shotgun. Und der Shotgun gegen den Sniper-Kämpfen ist halt nicht ganz so schlafen. Autsch. Zweisch was. Hast du wenigstens das Ding vom Poltergeist gesehen? Hä? Nee. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man nur eine Granate jeweils immer aufnehmen kann, maximal. Naja. Man kann nicht alles haben. Ja, okay. Der ist jetzt hier runter. Oh, schön. Also da steht einer im Traitor-Raum dahin, wo man das Haus einstürzen lassen kann. Es ist 16.13 Uhr und bei Moritz läuft ein Nachtgammelskrieg. Achso. Ja, du musst dann wieder umstellen. Ja, ich bin gerade da gekommen. Wo du ja warst? Tradershop. Nein, ich war mal abgab. Ja, da hat er wirklich nichts gesagt. Fliegen fragt, ob heute noch FN6 kommt. Wenn ich gleich tot bin, ist es Florian. Ich habe nicht mal so eine richtige Waffe. Thomas? Was? Wir müssen die Türfarbe arrikadieren. Warte, jetzt lässt du dich das Haus einstürzen. Was? Wieso renntest du plötzlich weg? Hast du auf den Knopf gedrückt? Wirst du halt sehen. What the fuck? Alter, Angst, Angst, Angst. Florian, ist es? Florian, ist es? Was? Die Speer hat auch noch auf mich geschossen? Ja. Natürlich. Florian, du warst nicht AFK. Du warst im Tradershop gerade. Nein, ohne Witz, ich war gerade höhere AFK. Ich habe mir nur einen Teleporter gesetzt. Ich wollte wirklich gerade kommen, das Haus einstürzen lassen. Ja, da kam ich, ne? Ja, da habe ich auch fast geschossen. Und dann gucken natürlich Thomas und Moritz gleichzeitig zu. Ja, also, ich werde jetzt hier gerade gefragt im Stream, ob ich ETS2 spiele. Ja, ich kann mir das mal nochmal... Was ist das? Euro Truck Simulator. Euro Truck Simulator. Ich glaube, ich glaube, den installiere ich mir mal wieder, beziehungsweise, wenn ich ihn überhaupt jetzt noch auf der Platte habe. Guck ich mal. Weil da soll ja jetzt irgendwie ein fancy Multiplayer dazu gekommen sein. Oh ja, der ist cool. Ja, wenn wir jetzt... Ich habe eben mal einen Screenshot gesehen von einem richtig vollen Server. Und da muss es dann übelst rund gehen. Das ist, ähm, das Coole ist, es ist halt so... Ich weiß nicht mehr ganz genau. Es ist halt nicht ein Server, der mit irgendjemand gehostet ist, sondern es gibt halt nur irgendwie drei Server. Irgendwie Europa, China und so. Ähm. Welcher Pennhardt auf die Kiste geschossen da? Florian, ey. Was denn? Das kann jetzt dauern. Ja. Ich werde beschossen aus dem Tower. Oh, wow. Fuck. Thomas, warum so unbeholfen? Es schießt jemand im Tower. Da sind nur noch andere da, wie wär's denn mehr? Nein. Boris, das darfst du eigentlich nicht sagen. Oh. Was? Nice, Thomas. Ey, ich will auf die Schleiter. Sie werden doch hier als... Ja, Thomas, du hast das Spiel verstanden. Nee, ich dachte, die werden dann immer als Missing in Action angezeigt. Ja, aber nur wenn du Traitor bist. Also, die waren... Und sonst werden die als normal angezeigt. Und wenn sie confirmed sind, werden sie eben als tot angezeigt. Aber dafür musst du sie erstmal confirmen. Ah! Autsch. Jonas hat dazugelernt. Oh. Ja. Oh, ich bin dämlich. Autsch. Was? Irgendwas. Ey, Thomas, Thomas, guck mal. Bleib mal da stehen. Das Fass. Nein. Oh. Hast du Schaden bekommen? Nein, ich bin davon gelaufen. Ich glaube, Jonas hat sich nicht mehr so hittet. Ich glaube, Jonas hat sich nicht mehr so hittet. Ah, nein, Jonas hat sich nicht mehr so hittet. Ja. Wo ist der hier noch? I'm still living here. Wo ist Jonas? Wagen. Jonas? Warte mal. Thomas? Was denn? Hast du Jonas umgebracht? Nein. Wo ist er? Wo ist er? Ich habe keine Ahnung, wo er ist, man, wo er sich denn das ist. Bin ich so ein persönlicher Wachhund. Nicht? Ne. I need something. Jonah. Thomas ist Traitor. Ich jetzt, genau. Ja, wer war hier oben bei, Jonah? Danke, Florian. Danke, du Detective, Alter. Weißt du, ich stehe da oben mit Thomas schön ruhig zusammen, plötzlich, bumm, und ich denke, super, du Arschloch, Alter. Das ist das Geile an dem Spiel. Steht neben dir, bumm. Weil ich wollte da vorher so undamagen mit diesem Fass, was da stand, aber nein. Was? Lass mich mal hier weg, ich habe Angst bei diesem Haus. Will dich ärgern. Warte. Ja guck, jetzt kann er da hinten nicht rüberkommen. Thomas, ich komme. The fuck? Scheiße, Jonas. Auf wen snipest du da Jonas? Auf dich, nein Spaß. Ich hab's alle gehört, Jonas Traitor. Ja ist klar, wieso sollte ich Traitor sein? Geister. Warum sollte ich Traitor sein? Erklärt mir das mal bitte. Ein Baum in Küche und Bubble Tea. Jonas, Jorums, Jonas ist es! Scheiße! Nein! Hilfe! 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 Nein! Bist du noch geflogen? Nein! Scheiße! Moritz, hast du überhaupt Schaden bekommen? Ich? Von was? Nö! Ja, ich hab viermal auf mich geschossen! Nur... Der lag ist, tu dem heil! Ah, super, Alter! Ich hab ein Fenster zerschossen! Und ich auch will's! Der Tenet kenn ich gar nicht! Deswegen wolltest du auch mal spielen! Ist das CSS Office? PTT Office, sonst wär das CS-Office! Ja, es gibt auch ein paar, die für diese Game-Outs ein bisschen angepasst und dann einfach das Kürzel dann haben, obwohl sie die gleichen sind! Ja gut, das weiß ich nicht! Es gibt nämlich auch, glaub ich, Prop-Hand-Office und das ist nur ein bisschen geändert, soweit ich weiß! Apropos, wir können echt auch mal Prop-Hand-Spielen gleich! Ich hab' so Bock drauf! Also das ist hier nicht das normale Office! Mh, okay! Das ist hier nicht das Problem! Aber, ähm, Jonas wollen wir nachher mal ein bisschen Prop-Hand-Spielen? Also das wär' jetzt echt so geil! Ich liebe dieses, ich liebe das! Aber dann müssen wir auf irgendeinen Random-Server gehen! Nö, ne, ich hab' einen! Ich muss den nur noch ein bisschen konfigurieren! Jetzt können wir von mir aus machen! Okay! Herrlich! Perfekter Platz zum Random-Killen! Gut, dass ich mal wieder nicht draufkomme! Ben, wie lang brauchen das bei dir noch? Ich bin jetzt bei 99 Prozent! Ey, was ist das nicht für eine Meppließe? Geil! Jonas, wieso haben wir die nicht bei uns? Jonas? Thomas, verpiss dich! Thomas, verpiss dich! Thomas! Ja, ihr Penner! Ihr kleiner Arschgeig! Wisst ihr das? Wer ist gestorben? Ich nicht! Warum? Ja, weil du mich angeschossen hast! Ich hab' dich keinen einzigen... Ich hab' dich gerührt! Ich hab' Pech gehabt! Teebecken! So...